Hallo, mein Name ist André Rusche. Ich bin im Hause Hohmark Ihr Ansprechpartner zum Thema digitale Produkte. Was habe ich Ihnen heute mitgebracht? Unseren Kantenbandassistenten. Der Kantenbandassistent hilft Ihnen bei der Organisation und Verwaltung Ihrer Kantenbänder in der Werkstatt. Sie wissen nicht nur exakt, wo welche Kante auf welchem Platz liegt, sondern auch, wieviel Meter Sie von jedem Kantenband noch im Hause haben. Was Sie da bekommen und was Sie geliefert bekommen, schauen wir uns jetzt hier einmal gemeinsam an. So kommt das Ganze gut verpackt bei Ihnen zu Hause an. Als erstes auspacken, aufbauen, loslegen. Es ist wirklich so einfach, wie wir es beschreiben. Dann als erstes hier ein kleines wichtiges Dokument. Das ist die Aktivierung der Apps. Die können wir natürlich nicht in den Karton packen. Die sind aber ebenfalls Bestandteil dieses Kantenbandmanagement-Sets. Sie bekommen zwei Apps bei diesem Set, den Material Manager und den Material Assist. Mehr Informationen blenden wir Ihnen mal hier oben ein. Dann natürlich hier eine sehr schön große bebilderte Inbetriebnahmeanleitung. Also nicht irgendwie groß sich durch irgendein Handbuch wälzen. Alles wirklich sehr schön, vernünftig und groß beschrieben. Was ich wirklich sehr schön finde auf der Anleitung ist noch ein QR-Code. Und da können Sie, wenn Sie das Kantenregal, hier sieht man es noch mal kurz abgebildet, so bauen wollen, wie wir es empfehlen, alle Programme als Download stellen wir Ihnen natürlich kostenfrei zur Verfügung. So, das legen wir mal einmal hier so ab. Als drittes in dem Startup-Package ist dann hier natürlich noch ein Kärtchen oder zwei Kärtchen mit der Bezeichnung der Regalfachnummern mit einem entsprechenden QR-Code. Die liefern wir auch entsprechend bei dem Set mit. Können Sie natürlich verwenden. Wenn Sie sagen, nein, Sie wollen Ihre eigenen Fachnummern vergeben, können Sie das ja natürlich genauso tun. Dann, ich bin richtig aufgeregt jetzt hier, das Herzstück in dem Package ist natürlich der Cube. So sieht er aus. Ha! Fast so, als packt man hier ein Telefon aus. So, so sieht er aus. Was ist der Cube? Der Cube ist das Herzstück. Hier ist ein Industrie-Mini-PC eingebaut mit den entsprechenden Anschlüssen, die man benötigt. Kennen Sie von anderen Geräten. Strom, zweimal USB, Internetzugang und für die entsprechenden Geräte. Und hier bei diesem Kantenband-Management-Set haben wir natürlich noch eine LED-Leiste dabei. Da kommen wir gleich zu. Damit auch international die Kundenfreude an dem Set haben, liefern wir hier natürlich entsprechend auch noch hier die anderen Adapter für andere Länder mit. So, dann geht es weiter. Was bekommen Sie noch in diesem Set mitgeliefert? Einen kleinen, schönen, schnuckeligen Etikettendrucker. Der wird klassischerweise per USB mit der Steuerungsbox vernetzt. Und damit Sie sofort loslegen können und den verwenden, natürlich logischerweise auch in dem Set enthalten, ist fast selbstredend ein USB-Kabel, das Netzteil und auch hier wieder entsprechende Stromkabel, um das Ganze mit Strom zu versorgen. Aber natürlich auch direkt für den ersten Start zwei Etikettenrollen, damit Sie sofort loslegen können. Und hier das Besondere ist, es sind spezielle schmale Etiketten und dann haben Sie hier die Möglichkeit, die Kanten damit zu belabeln und zu etikettieren. Und Sie wissen da auch immer genau, wo, was, welche Kante ist. So, das war noch nicht alles. Hinter dieser Verpackung, Sie sehen, wie hochwertig das auch alles schon verpackt ist, ist die Steuerbox. Richtig wertig, demzufolge auch einiges an Gewicht. So sieht sie aus. Die Steuerbox steuert die LED-Leisten und da sind wir letztendlich beim nächsten Thema. Die LED-Leisten werden mit dieser Steuerbox verbunden und die habe ich natürlich auch mitgebracht. Die zeige ich Ihnen sofort. Das sind natürlich noch entsprechende Kabel, um die Steuerbox mit den LED-Leisten zu verbinden. Und die LED-Leiste passte leider nicht in diesen Karton. Ich habe sie aber trotzdem mal mitgebracht. So sieht sie aus. Zweieinhalb Meter, davon sind zwei Stück im Set. Die werden dann entsprechend hier mit der Steuerbox, wie schon erwähnt, verbunden. Und wie das Ganze live in der Praxis aussieht, das schauen wir uns jetzt einmal an. Hier sehen Sie jetzt das Regal von unserem Kantenassistenten. So könnte das Ganze in Ihrer Werkstatt aussehen. Hier rechts der eingebaute Cube. Hinter der Klappe verbirgt sich die Steuerbox zum Steuern der LED-Leisten. Außen der Etikettendrucker. Auf der Halterung das Tablet, auf dem die relevanten Apps laufen. Hier verwenden Sie Ihre eigenen Tablets. Die Tablets sind nicht im Lieferumfang enthalten. Und wenn Sie weitere Informationen zu diesem System oder diesem Set benötigen, schauen Sie auf unsere Webseite, schreiben Sie uns eine E-Mail oder gehen Sie in unseren eShop.